Hallöchen liebe Freunde, hier ist mal wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Heute mal, ja, nicht als Paladin, das ist das Sunwell Set, ich sage mal das ist das Käfer Set, weil der Helm so komisch aussieht wie so ein Käfer. Beziehungsweise so kenne ich die Bezeichnung noch, in dem Fall aber eine Mischung aus der braune Ausführung, das ist glaube ich die Krieger Ausführung, weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall Gürtel, hier, den da und die Schwule kriegt man nicht als Paladin, da habe ich einfach T10 Hero glaube ich genommen vom DK, also aus Eisgrundzitadelle. Und, ja, wir sind hier im Strand der Uralden, 15er BG, jetzt gucken wir mal gerade, überlegen ob ich hier so weiterspielen soll oder mit Empower Ziels, ich weiß es irgendwie nicht. Ich merke gerade, der Umhang passt, aber passt irgendwie nicht, der passt zu den Schultern, zu den grünen Elementen. Hier unten ist, na, hier unten sieht man es am Umhang, aber der Rest irgendwie nicht. Naja gut, okay, müssen wir jetzt mit leben. Ich überlege, ob ich jetzt wieder, ob ich das so lassen soll oder nicht. Ach, ich lasse es einfach mal. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten BGs, also Offscreen, mal das ein bisschen probieren, wie es läuft irgendwie. Ich habe ja hier jetzt die, ne, Proc Trinket drin, so viel, die drei PvE-Items hier, fast 37% Vielseitigkeit und habe noch den Proc von der, von der, von dem Damage Trinket. Also das ist enorm viel stärker, dass da noch kommt, plus diese Masse an Vielseitigkeit. Das kann unglaublich stark werden. Kurz zu erklären nochmal, die drei PvP-Items, oder zumindest ein Ring, ist eine Variante, die viele High-Rated Retries in der Arena mittlerweile benutzen. Auf EU-Seite, hey, ich habe doch... Ach, scheiße. Nee, ich habe doch Scheiße, nee. Ich habe doch das Ding angeklickt. Wo sind die alle hin? Das ist jetzt nicht denen ernst. Die sind alle da. Na ja, komm, gehen wir mal hier rein. Kugel haben wir. Springen kann man ja nicht. Volle Möhre da rein. Quatsch. Mal das Türchen kaputt. Macht das Ding einen Geschaden an den Spielern? Oh ja doch, 70k ist ordentlich. Ich zumindest. Und jetzt hier gegen die Wand. Bäm. Kannst ja mal nur Leute töten, stimmt. Und die Wand. Bäm. Ich komme ja eh nicht voran. Boah, irgendwie kriege ich doch kaum Schaden. Kann das sein? Hat das mit meiner Abwettung zu tun? Nee, eigentlich nicht. Also, wir haben hier neu. Nell, ich will da noch reinschießen. Hat's geklappt? Ich glaube nicht. Oh, die K-Neft nicht. Du gehst mir echt durch die Eier, mein Freund. Okay. Peril. Ey, fickt euch. Jetzt aber. Oh, erst mal ein 70k. 70k. Ey. Wie ist Tyler hier? Das ist echt eine Plage. Inline. Stun kriegst du noch hinterher. Ach, scheiße. Nein. Okay, jetzt werde ich verrecken. Oh, ich shoppe mir noch nichts mehr. Ich fiel jedenfalls. Mal weg hier. Du hast wahrscheinlich gleich gecrippt. Sag ich doch. Jetzt stimmt aber, übrigens ist der Priest, oder? Gibt's nicht. Okay, ich slow ihn auch nicht. Jetzt aber. Komm ich doch vorher gehen, Lein. Egal. Oh, jetzt ist da der Feral wieder. Mal disperlen hier. Nachbuffen. Und wegzimmern. Oh, ich nervt doch die Leute nicht, mein Freund. Nervt doch die Leute. Nein. Nix gibt's. Trottel. Hau lieber ab. Tötet mir dich. Kann das so blöd sein, ey? Selbst mitzit ist, boxt er mich nicht um. Äh, boxt er mich nicht um. Mein Gott. Na ja, gut. Das haben wir auch noch. Ja, Entschuldigung. Oh, du sagst, du Hackerkotz, hier kommt zu nix. Können wir uns eigentlich durchreiten? Opferung noch raus. Oder der Fäkaltruide wieder. Krieger, kriegst du einen Stun. Du machst erst mal nix mehr. Lässt unseren Heiler in Ruhe. Nochmal ein Stun. Fleck, der kriegt den Heal. Ich hab ja immer noch, das wird nicht getappt. Ey, bitte nicht tappen. Schlimmste, was man machen kann. Ich komm, Out of Combat. Danke. Nein, wird nicht getappt. Super. Schlimmste, der Feral. Wo ist er? Frag ich doch. Spitz wohl. Inline, Wings up. Och. Stun. Komm, Block. Kein Block. Tot. Gucken wir auch gleich wieder was Siegel wechseln. Oh, deine CDs. Hat er ja schon. Stun, jetzt stirbst du, weil du so dumm bist. Sorry. Das ist wirklich zu dumm. Oh ne, das ist Cutter. Ich geh mal auf die Krieger. Komm ja eh von nix weg. Ach, natürlich. Jetzt hab ich dich aufgeworfen. Jetzt bin ich tot. Na klar. Kann man nicht überleben. Wenn man nicht aufpasst, selber schuld. Nur am Heil. Eigentlich will ich doch irgendwie mal vorkommen, dass ich mir... Ach, ist schon vorbei. So krass sagen. Erste Runde im Endeffekt. Gut. Jetzt müssen wir D.F. Geht's lang, der Alarm. Ach, jetzt hab ich... Mein Hexer eigentlich... Ah, jetzt hab ich gar nicht geguckt wegen... Gesundheitsstein. Oh, Festmahl auch noch. Alles verpasst. Hat jetzt irgendeiner ins Gesicht bekommen? Eigentlich nicht wirklich. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Aber... Wahrscheinlich gleich muss ich zählen. Nee, das ist so außerhalb des Rhythmuses. Das ist außerhalb meines Rhythmus. So, Mädels. Schön vorkommen. Die Leute abfucken. Gottes. Ist das schon mal der Hunter? Oder gehen wir nicht hin? Dann gehen wir aber hier hin. Aha. Komm, komm, komm. Wo ist das Teil? Nö, Mädels. Das kann man disperren. Nicht der Ernst, dass der da rummacht? Vom Block. Nicht doch. Einer, der es wegmachen kann. Nee, du stirbst trotzdem. So, der Hunter kriegt jetzt erstmal einen Stun. Der kriegt was. Hier mal Wings. Noch mal einen Stun. Inline. Tot. Der Hunter da unten. Zwei, eins. Jetzt. Jetzt geht er da. Nee, du bleibst hier, mein Freund. Bist nirgends wo hin. Ha, ha, ha. Das ist so schön, wenn die Cays gegrübt werden. Aber wahrscheinlich... ...kräht uns jetzt auf der anderen Seite. ...due, oh ja. Okay, hauen wir den noch weg. Und dann mal den. Ah, ist schon. Boah, natürlich. Gut, okay, ich gehe aber jetzt rüber auf die andere Seite. Weil da ist nämlich etwas mehr los und da ist immer, glaube ich, nützlicher, als wenn wir hier rumgammeln. Jetzt habe ich natürlich einen Prock, der mir nix bringt. Ich merke aber schon, dass mir so Crit fehlt. Ich habe nur 11,64%. Die ganze Zeit hatte ich so um die 20 oder so. Das merkt man schon. Ich bin auch überlegen, ob ich... Ach komm, ich... Jetzt einfach... ...Crit Insignia rein. Jetzt habe ich Self auf 22%. Ach, scheiße. Cheek fail. Wall is up. Pui. Ach, scheiße. Nicht aufgepasst. Noch mal ein Stunt für den Mage. Wahrscheinlich werde ich sterben, wenn ich nicht aufpasse. Traurig. Schöneren Heal. Genau, 90 Kyle nimmt man mit. Den können wir noch töten. Schon gibt es viel, viel mehr Critz. Der kriegt einen Stunt. Jedem. Den können wir irgendwie heilen. Jetzt sind wir oben. Scheiße. Ah, Pet. Der braucht nix. Nachwaffen. Der aber. Server heilen. Der jetzt jemand? Nee, das ist keiner. Der will aber was machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fade, ich habe gedacht, der charged mich. Geh mal in Rage. Oh. Ich finde das immer so trollig. Schade, dass er sich alle CDs angeschmissen hat. Das wäre viel lustiger geworden. Schmeiß ich hier nur mit Yil um mich. Ich bin eigentlich nicht der Heiler. Schade, das ist mal so lustig gewesen. Fuck. Dann sind wir natürlich da drüben durch. Wenn man nicht aufpasst, ne? Äh, hier. Ich mach jetzt hier kaum Schaden oder so. Ich versuch mal irgendwie halt einfach, ne? Grace kriegt einen Stunt. Jetzt ist es auch Freedom. Jetzt Wings auf den hier. Oh ja, Mage. Heilige Mutter Gottes. Heißt dann, Urfang. Geh hier. Dem helfen. Witzwürstig nur, ne? Scheiß Eule da. Eule? Das ist, glaube ich, eine Eule. Bäm, jetzt gibt es aber Damage. Stirbst du noch? Ich glaube, der ist noch gestorben, oder? Kann man mal einen Leakey? Mit Empower Seeds wird das natürlich auch lustig. Irgendwie zumindest. Ja, haben wir gewonnen. Oh, hier haben wir richtig nach hier, ne? Haben wir richtig gedrückt? Hohohoho. Power of Mars Vielseitigkeit. Es ist schon lustig, muss man einfach fragen. Mal gucken. Ich glaube, so viel doll war. So wirklich doll war das jetzt auch nicht. Ach, wer weiß. Na ja, gut. Ich sag mir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, abdommeln die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.